Herzlich willkommen zum Thema Geschäftsmodelle. Im ersten Kapitel werden wir uns mit der Popularität des Begriffes beschäftigen und den verschiedenen Interpretationsvarianten. In den Folgekapiteln werden wir uns dann mit der Abgrenzung zwischen Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen beschäftigen. Wir werden uns verschiedene Typologien ansehen, wie man Geschäftsmodelle unterscheiden kann und wir werden dann auch eins von mehreren möglichen Vorgehensmodellen kennenlernen, wie man systematisch Geschäftsmodelle und Geschäftssysteme entwickeln, analysieren und näher betrachten kann. Kommen wir zunächst zur Popularität des Begriffes. Wie Sie dieser Grafik entnehmen können, ist die Anzahl der Behandlungen des Thema Geschäftsmodells sowohl in der eher praxisorientierten als auch in der wissenschaftlichen Literatur ab Mitte der 1990er Jahre geradezu explodiert. Das korrespondiert tatsächlich mit der Entwicklung des Internets, was völlig neue Möglichkeiten für ökonomische Aktivitäten gebracht hat und darauf hat die Praxis reagiert und dann im Nachzug auch die wissenschaftliche Behandlung dieses Themas. Neue technische Möglichkeiten bringen neue ökonomische Potenziale und das hat eine Diskussion von möglichen Geschäftsmodellen stark ansteigen lassen. Bis heute ist dieser Boom ungebrochen. Wenn man da genauer hinein sieht, was in der Literatur diskutiert wird, erkennt man schnell, dass es kein einheitliches Begriffsverständnis hervorgebracht hat. Wir haben Ihnen hier mal ein paar Beispiele zusammengestellt, welche Themen und Aspekte im Zusammenhang mit Geschäftsmodellen von den verschiedenen Autoren diskutiert werden. Sie sehen, das reicht von Interpretationen, welche unterschiedlichen Architekturen diese Geschäftsaktivitäten haben. Sie finden verschiedene Tools und Methoden, wie man Geschäftsmodelle entwickeln kann. Sie sehen eher Beschreibungen, Deskriptionen von ökonomischen Aktivitäten, aber Sie sehen auch verschiedene Strukturen oder Geschäftsmodelltypen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Das ist noch sehr durcheinander und wird sich im Laufe der Zeit noch stärker klären. Wir werden im Rahmen der Kapitel erarbeiten, wie wir konkret Geschäftsmodelle und Geschäftssysteme interpretieren und warum das ein wichtiges Thema ist. Interessant ist auch zu sehen, dass dieser zusätzliche Aspekt und diese Schwerpunktdiskussion rund um Geschäftsmodelle ganz klar an der Dynamik des Umfeldes liegt. In eher schwachdynamischen oder stabilen Umfeldern werden Geschäftsmodelle in der Regel gar nicht in Frage gestellt. Sie sind über einen längeren Zeitraum gewachsen und solange sich das Umfeld nicht verändert, gibt es eigentlich auch keinen Anlass oder Notwendigkeit zu fragen, ob man noch das richtige Geschäftsmodell verfolgt. Teil der Geschäftsstrategie ist es dann zu überlegen, adressiere ich noch die richtigen Kunden, verfolge ich noch die richtigen Preisstrategien oder Produktstrategien und das übersetzt man dann relativ unmittelbar in verschiedene Geschäftsprozessalternativen, wie man es konkret umsetzen kann. Wenn sich dann aber das Umfeld ändert und dynamischer wird, zum Beispiel durch eine Möglichkeit wie das Internet oder den aktuellen Konvergenzentwicklung, dann stellt sich die Frage auch im Bereich der Geschäftsstrategie, verfolge ich noch das richtige Geschäftsmodell oder welche Alternativen habe ich eigentlich, welche unterschiedlichen Geschäftsmodelle könnte ich realisieren. Dann wird die Abwägung des Geschäftsmodells ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsstrategie, die man dann vielleicht auch in alternative Settings und alternative Prozessarchitekturen übersetzen und konkretisieren kann. Fassen wir also nochmal zusammen, in eher stabilen Umfeldern kaum Reflexion des Geschäftsmodells, unmittelbar von der Geschäftsstrategie auf die Geschäftsprozesse, in stark veränderlichen Umfeldern, so wie durch technologische Disruptionen hervorgebracht, wichtiger Bestandteil der Geschäftsstrategie zu überlegen, welche Geschäftsmodellalternativen gibt es und wie kann ich die in verschiedene Geschäftsprozessarchitekturen übersetzen. Wenn man sich näher beschäftigt mit der Diskussion rund um die Geschäftsmodelle, findet man doch bei aller Unterschiedlichkeit auch einen gemeinsamen Nenner zwischen den Interpretationen. So dienen Geschäftsmodelle eigentlich immer der Abbildung von bestimmten Leistungsversprechen oder Nutzungsversprechen an den Nachfrager, die man mit seinem Leistungsangebot generieren möchte. Man findet Beschreibungen und Analysen zu Material, Arbeits- und Informationsströmen innerhalb von Unternehmen und Zwischenunternehmen und natürlich ökonomisch am interessantesten, welche Erlösströme resultieren aus diesen ökonomischen Aktivitäten und welche Kosten werden hierdurch generiert. Das wird meistens ergänzt durch eine Abwägung weiterer Vor- und Nachteile, aber im Mittelpunkt steht natürlich vor allen Dingen die Erlös- und Kostenwirkung durch ökonomische Aktivitäten. Ich kann mit Geschäftsmodellanalysen dann Aussagen treffen über diesen Kundennutzen, sogenannte Value Creation, die ein Kunde davon hat, wenn er sich eines bestimmten Leistungsangebotes, eines Geschäftsmodelles bedient. Ich finde Beschreibungen von Input, also dem Eingang in eine bestimmte Verarbeitung, der Verarbeitung dieser Inputfaktoren durch den Throughput und des Outputs des Ergebnisses in Form eines Leistungsangebotes an den Kunden. Ich finde Beschreibungen über Strategie und Funktionen der beteiligten Akteure, über die Rollen, die einzelne Funktionsbereiche innerhalb eines Unternehmens eingenommen werden und ich finde natürlich auch Beschreibungen und Abwägungen, ob mit bestimmten Neuerungen oder Innovationen bestehende Geschäftslogiken noch weiter so bestehen können oder ob es dort zu Brüchen oder Veränderungen kommt, weil neue Geschäftsmodelle auch neue Geschäftslogiken bedingen. Geschäftsmodelle in der Praxis haben insbesondere einen Bezug zu den Konzepten, die damit verbunden sind. Sie dienen also der Konzeptfindung, wenn ich neue Optionen oder neue Gelegenheitsfenster finde. Sie dienen der Konzeptanpassung, wenn man erlebt, dass bisherige Konzepte so nicht mehr die richtigen Antworten bieten auf neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Ich kann also bestehende Konzeptüberprüfung und ich kann natürlich auch Konzepte analysieren, ob sie noch die richtigen Punkte adressieren und so die ökonomischen Aktivitäten noch richtig ausgerichtet sind. Insgesamt dienen also Geschäftsmodelle einer kondensierten und fokussierten Gesamtbetrachtung der ökonomischen Aktivitäten einzelne Akteure. Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird das zunehmend aufgegriffen. Sie sehen hier das Beispiel in der Wirtschaftsinformatik, mit der sehr schön herausgearbeitet wird, dass die Geschäftsmodellbetrachtung ein Werkzeug ist des wissenschaftlichen Arbeitens, also ein Analyseobjekt, eine Analyseeinheit und auch ein bestimmtes Rahmenwerk bilden kann, mit dem ich wissenschaftliche Untersuchungen einkleiden kann und als Gegenstand die Geschäftsmodelle wähle. Sie finden in der weiterführenden Literatur verschiedene Konkretisierungen und Definitionsmöglichkeiten und auch Konzepte und konkrete Vorgehensmodelle, wie Sie die Geschäftsmodellanalyse durchführen können. Beschäftigen Sie sich doch mal damit. Vielen Dank.